Das ist aber ganz schön träge mit der Maus, Max, ne? Ist das bei dir auch so? Ja, ich habe jetzt auf 3.600 dB gestellt, der geht es nicht. Ich habe hier kein Menü mit der, ne? Ich habe hier kein Menü mit der, ne? Die Steil rauswerfen. Guck mal, ist Neuwagen-Menü? Auch nicht, Jump Out Left, Jump Out Right habe ich. Du bist aber als Passenger eingestiegen, oder? Ja. Da müssen wir gleich mal sehen, wie wir das machen. Gehen wir schon hin. Kann auch sein, dass der Helikopter dafür stillstehen muss, dass das kommt. Ne, ich komme schon klar. Da steht jetzt schon jemand. Hier, Ort voraus, ja, dann Feuer frei, Jungs. Junge, Junge, Junge. Ja, da rechts hinten Dach. Ja, wenn er rechts schießt, ein bisschen höher, ne? Kürzere Stöße, sonst hast du gleich keine Munition mehr. Treffen wir auch mal. Da ist ein Recht von dem Mb, wenn du nicht die Masier kommt, wie du bist. Okay, könnt ihr jetzt roben? Guck da, Red Guy. Neger, doch jetzt. Ja, perfekt, dann raus. Okay, Scrollradmenü und Fahrstrow. An die Mauer, an die Mauer. Du übergehend nimmst linke Seite. Fuss, du bist ja Masker. Okay, rein in den Dämmen hoch. Ab dir blüht. lauter Zivilisten hier im Haus Ja, ich bin bei dir, Vorsicht Moment Ist hier irgendwas? Nein Okay Erster Kommand clear, wir gehen in den nächsten Ach, geh doch hier weg, die scheiß Zussi Diese verdammte Zussi hier Okay Und, ich hab hier was Okay Okay, nächster, komm, hauen Los, komm, schnell Okay, hier links Natürlich Erdgeschoss clear, nach oben Oben auch clear Wo war das? Keine Ahnung Ich glaub, wir befiehen den Helikopter auf der linken Seite Gebäude Okay, raus hier Nächste, äh, Gebäude Puma, Anastasius Nächstes Gebäude clear Also, wir suchen nach einem Koffer und einem Laptop, ja? Ja, nur, dass das nochmal klar ist Ja Gut zu wissen Okay, nächster, Gebäude Stahl clear Stahl clear Clear hier? Runden clear Hey, wo ist denn hier ein Laptop? Bad guy, wie schaut's aus? Wir sind bald out of ammunition Verstanden, bisher noch kein Laptop gefunden Okay, da vorne ist noch was Hier rüber Boah, der rennt, der rennt, der rennt Na? Ja Okay Bed guy, hört ihr den, den, äh, den Gebetstypen noch? Negativ, Laptop gefunden Ja, alles klar Wir kommen auf die Straße und landen da Dann lasst uns abhauen Okay, Leute, schnell hier Schnell hier Haben wir den Case auch schon? Negativ, Case noch nicht gefunden Achso Case gefunden Boah, guh mal Das war knapp Head into Schnell Ja, wir haben einen Briefcase gefunden Wir, äh, hauen dann gleich Richtung, äh, Süden ab Ich kriege den Case Ich weiß nicht, wo Süden noch Süden ist richtig Ja, ich lande da schon mal Seht zu Freuradmenü Get into Okay, raus, schnell Raus, raus, raus Wie wir gekommen sind Copy Copy Rechts hier Rechts Bad guy kommt gelaufen Los, wir haben Touchdown Ja, wir sind dabei Komm von innen Anastasia ist drin Anastasia ist drin Buma ist drin Alles klar Luft, Luft, Luft Buma ist mir jetzt aber auch einmal Genau vor die Knarre gelaufen Zum Glück gerade Während ich gerade mal nicht geschossen hatte Ja, das ist ein bisschen einfach Lieb doch fast ganz gut, ne? Wieder? Es hätte noch ein bisschen schneller gehen können Ja Ich würde mal sagen Das war wirklich nichts Wir müssen, wir dürfen Nicht nach Gegnern suchen Wir müssen nur die Gebäude clearn Das war unsere Hauptaufgabe Süden Weiter Jetzt mittlerweile Südosten Du fliegst Richtung Südwesten Ja, jetzt war der Straße Gefallen War sich nicht schlecht, war nur die falsche Die andere Südosten weiter Ost, Südost Das ist unser nächstes Ziel Das war's Ah, das ging ja schnell Das ging ja lang Ost, Südost Hättest du mal vorhin dabei sein müssen Ah, das war's Ja, genau Das war nicht witzig Also das hätten wir noch ein bisschen mehr absprechen müssen Und zwar immer zwei Leute das Gebäude clearn Der andere bleibt draußen Ja, es ging aber so halbwegs Jeder hat irgendwie So weit So ein Bereich immer geclerrt Wir sind uns nicht ganz über den Weg gelaufen Nur das letzte Hat ja aber voll funktioniert Jetzt ist da eigentlich die Heli-Zone Siehst du, ne? Warum kam eigentlich noch keine Erfolgs-Meldung? Guck auf die Karte! Was hast du jetzt gemacht, um den Cover aufzunehmen, da bin ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, Scrollrad-Menü! Jawohl, habe ich doch die ganze Zeit gemacht. Tja. Die einen können das Spiel bedienen, die anderen nicht. Oh, wie ist gut. War schick. Jo, das war echt schick. Jo. Das war echt cool. Oben die ganze Zeit habt ihr da gefeuert und so. Das war schon vom Feeling her sehr cool. Ich hatte nur irgendwann echt Schiss, als das sich lang hingezogen hat. Ich schon die ersten Schüsse bei uns einschlagen gehabt zu hören. Ah, das war echt fies. Guck mal, ich habe keinen einzigen getroffen. Hast du null auf dem Nummer-Glock? Das Gute ist, ich habe das komplette Ding aufgezeichnet. Ja. Ja. Ja.